So hallo, wir machen weiter bei Megaman 5. Wir sind in der letzten... Oh Gott! Oh, gut zu wissen, Hilfe! Ich dachte gerade schon, was ist jetzt los? In der letzten Protoman Stage und... Wir müssen... Oh Gott, wir müssen richtig viel aufladen. Notfalls haben wir ja einen M-Tank, ist ja alles... Ist irgendwie doof, kann das sein? Nee. Geht sogar. Und ich muss die kaputt machen, weil es sonst nicht nach oben geht. Okay. Okay. Okay, soweit nichts Dramatisches. Äh... Ah, ich dachte, jetzt schießt das den ganz schnell nach oben. Okay, wir sind schon oben, anscheinend. Protoman. Ähm, was? Ja, jetzt kommt der richtige Protoman, ne? Genau. War ja klar. Weil das natürlich ein Wiley-Boss ist und Protoman nie wirklich der Feind war. Wer hättest erwartet? Niemand. Alter. Ihr mit euren dummen Schilden. Nein. Boah, scheiße. Das wird ein lustiger Kampf. Und jetzt führte ich nicht nicht wieder von... Och. Nicht wieder von Anfang. Das ist doch langweilig da anfangen. Das kennen wir doch jetzt schon. Und weil es so langweilig ist, werde ich irgendwann einen Fehler machen. Das sehe ich schon. Ach komm, jetzt hier. So. Zack. Na. Zack, zack. Jetzt gehen wir gleich ein bisschen nach oben. Ein bisschen schneller. Huh. Gott. Der wäre schon fast zu weit gewesen. Ach, Männer. Ach Gott. Zum Glück nicht mehr die Sequenz. Okay. Okay. Nein, 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 nein. Den treffe ich auch so. Nein. Ja. Ich setze gleich ein E-Tank ein. Ja, E-Tank. So. Den will ich jetzt auf jeden Fall weg haben. Dann sind alle E-Tanks-Werke, sehe ich schon. Ja. Hm. Super. Ja, perfekt. Mach das öfter. Mach das öfter. Schieß das Ding einfach weg wieder. Nein. Ach, soll ich jetzt schon? Einmal klein. Ich glaube, einmal kann ich noch, oder? Ja. Oh, ich brauche nur noch einmal. Ja, das war's. Scheiße. Dann macht's noch mal spannend. So. Okay, super. Hei, 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 hei. Hei, 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 hei. Und jetzt kommt wahrscheinlich noch mal Wiley-Stages, oder wie sehe ich das? Ja. Ja. Ja, natürlich. Also, er hat es geschafft, Protoman für seine Machenschaften anzuschwärzen, aber jetzt ist der richtige Protoman erschienen und hat alles toll gemacht und super und er hat Dr. Light immer noch gefangen und wir müssen noch die Wiley-Stages tatsächlich machen. Juhu! Ist ja super. Aber da meine Festplatte voll ist, jetzt nicht mehr. Fantastisch. Also, komm, noch Wiley-Stage 1 bis 4, 5, weiß ich nicht. Puh! Blup! Und wir kriegen erstmal den E-Tank, den hole ich mir gleich mal. Machen wir vielleicht die erste Wiley-Stage noch in dem Video, weil es ist jetzt sehr kurz gewesen. Machen wir die erste Wiley-Stage noch in dem Video. Wir müssen immer noch ganz viel aufladen, wir haben drei E-Tanks, okay. Ach du Scheiße, jetzt werde ich gleich mal sterben. Oh Gott. Nein! Ach, das ist fies. Das kann man doch nicht wissen. Ach, das ist fies, okay. Hätte ich das irgendwie, hätte es irgendwo, hat man das irgendwo gesehen? Nee, sieht man nicht. Gott, 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 Uah! Oh, ist das fies. Aber wirklich. Okay. Nein. So. Nach oben. Stirb bitte. Stirb bitte. Stirb bitte. Die Energie da oben hole ich mir jetzt nicht, weil ich habe eh fast volle Energie. Und wenn ich mir das so angucke, sterbe ich hier sowieso an ganz anderen Sachen. Als an der Energie. Ich darf nur nicht springen. Okay. 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 Na. 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 Spannung. Ach du. Ach du. Scheiße. Nicht von Anfang. Nicht von Anfang. Bitte nicht von Anfang. Bitte nicht von Anfang. Bitte nicht von Anfang. Ja. Geile Sache. Ähm. 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 So. Erstmal so. Okay. Ja. Do want, do want, do want, do want. Star crash. Und wieder nach oben. Okay. 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 So. Gleich aufladen. Und Feuer. Oh Gott. Nicht zu hoch. Okay. So. Jetzt kommen die lustigen Kollegen. Nein. Ach man. Ich verfehle es aber auch immer. So. Habt ihr jetzt davon. Ihr Assis. Zack. Okay. Ich wette, da gibt es was schönes, wenn wir da hochkommen. Oh. Das müssen wir sogar. Hauen wir es mal den Putzmann hier weg. Und laden Star crash weiter auf. Weil den brauche ich für Gravity Man. Unbedingt. Jetzt kommt der Putzmann wieder nah, weil ja, das war ja so klar. Okay. 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 Jetzt. Und. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Komme ich von dem Ding auch da ganz nach oben? Könnte funktionieren. Ach Gott sei Dank ist hier die Hälfte gewesen. So. Erstmal den Putzmann. Ja. Trinkt nichts. Und hopp. Und hopp. Ah. Das war fies. Und hier hoch. Ah nein. Ich will da hoch. Oh scheiße. Okay. Dann doch hier runter. Und hier rüber und hier rüber und hier hoch. Okay. Ah. Verschnaufpause. Und. Nein. Oh Gott. Aber da ist es dann geschafft. Jawohl. Oh. Boss. Was? Oh Gott. Was bist du denn? Ich dachte schon. Was bist du denn? Für ein unlustiges. Zeug. Achso. Kann ich hier stehen bleiben? Oh. Ich weiß es nicht. Scheiße. Oh. Scheiße. Okay. ich werde so sterben und dann noch eins nein ok schnell ernsthaft jetzt was wie schnell muss man da denn durch ach scheiße jetzt gleiche die aufnahme beendet werden von fraps weil platte voll und so ok nein nein nach mann ob ok 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 oh gott ist das aufregend so und rüber ok jetzt kommt der spaß wieder ei 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 das bringt mir gar nichts ach den scheiß auch wieder kaputt machen hier so und durch muss ich zweimal rutschen dann quasi oder wie ja ok alter aber auch hier musste ich schon verdammt schnell sein jetzt war und jetzt der letzte los 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 du wieder leben so und wir machen weiter bei megaman 5 für euch ach so nee es ist sehr gut habe ich das gemacht für euch geht es ja ganz normal nahtlos im video weiter für mich gab es einige pause einige pause gott das geht ja super los für mich gab es einige tage pause weil festplatte voll waren genau dieser stelle eben und es geht nahtlos weiter ich habe nur keine ahnung wo ich bin schauen wir mal kurz ob ich nicht gleich sterbe wenn ich hier sehen das pause menü weg macht ach hier waren wir ok genau richtig hier hat es dann plötzlich klink gemacht und da war freps weg da haben wir uns gefreut vor allem ich mich so geil was laden wir auf oh gott erstmal weg okay und das zweite den hier soll ich hier erstmal eine runde fahren wir vielleicht gar nicht so doof auch ich fast gar nicht mehr immer her damit so kommen jetzt ist da mal die an den waffenenergien kommen das dauert zu lang oh mein gott das nehme ich aber natürlich gerne an also diese vier sind schon durchaus sehr heiß mach dich weg so ok so super wir sind überhaupt sind wir in weile stage 1 ich glaube wir sind so mach dich erstmal weg auch cool alle auf einmal versuch sehr 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 gut die brauchen wir für die roman bei den great aids später natürlich kommt der kollege jetzt hier wieder hier hinten ok aber alter die ziehen aber auch ab so perfekt wir sind beim boss gut mit der energie werde ich ihn wohl nicht kriegen aber wir haben ja fünf leben das heißt wir schauen uns das mal an hallo ach du schießt so plattformen das sehe ich doch jetzt schon und dann muss ich auf die plattformen drauf springen und dann ist alles cool kann ich die schießen die wir ja gar nicht mal so schlecht aber ach die geben mir aber nix aber jetzt drauf ja so funktioniert das so kommt her nein ok ok aber prinzip ist verstanden ich denke den mache ich mir mega basta der hat bestimmt irgendwelche schwäche aber ich würde ja meine waffen gern behalten noch schauen wir mal jetzt kommt erstmal ihr runter man kommt die untere raus die untere raus die untere raus die obere raus jetzt kommt die untere raus ja oder so nach so treffe ich den doch nicht so schon eher da komme ich nicht hoch so muss ich auf die schießen dass die ach ich muss auf die schießen dass die raus kommen ach mein gott bin ich doof das wusste ich natürlich wieder nicht hier habe ich toll gemacht da werde ich jetzt wohl sterben ja klar ok ist aber alles nicht so schlimm alles kein problem jetzt wissen wir ja wie es geht und aufladen hätte ich noch gar nicht gebraucht naja so zack zack au nein nein jawohl dann warten wir mal kurz ein bisschen jetzt ist ein guter moment ach fuck ach scheiße jetzt den hier hinten und jetzt den hier jawohl ich will eigentlich echt keinen e-tank bei dem fisch einsetzen ich meine der ist so einfach au zumindest vom prinzip her ist er einfach ist oben bleiben und immer drauf naja ich glaube ich brauche ich denke schade ich hätte ihn gern geschafft ohne geht weg na gut kam ja e-tank vielleicht wäre hier auch eine gute waffe die lädte die trifft den dann ja definitiv immer eigentlich könnte ich so durchziehen hmmm oder stone wäre auch eine nice aber ich will die ich will die behalten ich will jetzt nicht riskieren dass ich die dann nicht für den boss habe das wäre doof sehr schön sehr schön nicht so schön nicht so schön nicht so schön geht weg super nein ach so schwer ist es doch nicht so einfach zack ich muss ja gar nicht mehr mit der plattform nach vorne fahren ich muss ja nur hochkommen aufladen und schießen mehr ist es doch nicht nein na komm jetzt haben wir da aber hier alles andere wäre jetzt peinlich wenn ich jetzt nochmal hier verrecke so danke gut war endlich stage 1 abgeschlossen hui dann bedanke ich mich schon mal fürs zuschauen und sage tschüss